Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal! Ich heiße Rosemarie und ich habe etwas Kleinigkeit gewonnen. Ich habe aber noch 5 Euro drauf zahlen müssen für die Box. Das ist eine Rossmann schön für mich Box. Den Link verlinke ich euch unten in der Infobox, wo ihr mitmachen könnt. Also ihr müsst da etwas... Die Sonne scheint heute so extrem. Ja, Entschuldigung. Ihr müsst auf diese App drauf gehen und ja, da könnt ihr zweimal mitmachen und ihr müsst drei Aufgaben erfüllen. Also einklicken, was da unten steht. Also für Aufgaben sind und wenn ihr gewonnen habt, kriegt ihr eine E-Mail und dann müsst ihr ja nur noch 5 Euro bezahlen und danach kriegt ihr die Box dann zugeschickt. Genau. Das habe ich auch. Die heißt schön für mich Box von Rossmann. Die sieht so hier aus. Die kam heute bei mir an. Genau. So sieht hier auch aus mit einem Schleifchen. Das sieht rosa aus. So ein ganz helles Lila ist da. Entschuldigung, Lila. Genau. Wir machen mal schnell auf. Genau, das Schleifchen. Hier steht schön für mich Box. Das machen wir auf. So. Und der erste Blick, der sieht so hier aus. Genau. Und wir fangen gleich mal an, was schönes alles in der Box ist. Hier ist eine schöne Karte drin. Die kann man verschicken. Hier hinten. Genau. Mit einer Handtasche könnte ich spontan das Land verlassen. Steht hier drauf. Genau. Ein schöner Spruch. Genau. Hier haben wir jetzt erstmal eine von Isana eine Handcreme. Eine Brandsielfeeling mit Kukuinusöl. Die ist von Rossmann. Die sieht so aus. Hier sind 100 Milliliter drin. Also die Produkte sind schon kalt. Aber genau. Schön, erfrischend und kalt. Ja. Genau. Kokosöl. Ja, die riecht auch nach Kokosöl. So, das war das erste Produkt. Jetzt kamen wir zu einem zweiten Produkt. Das ist von Natura Box. Mit kalt. Gebrosten. 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 Avocado Öl. Repariert. Kur. Ok. 99% natürlicher Ursprung. Im Gesamtprodukt. Das sieht so hier aus. Genau. Hier sind 60 Milliliter drin. Oh, die riecht aber gut. So sieht die aus. Ok. Steht noch was auf Deutsch da. Die pflegende Formel von Natura Box. Die Kombination der Inhaltsstoffe erzielt die ausgelobte Wirkung. Kokos. Kokos. Kokos Natur nach der Kosmos Standart. Durch Ex-Kert-Gif- und Creme-Lift zertifiziert. Nach kleiner können die es auch nicht schreiben, oder? Ja, zweites Produkt. Dann haben wir noch ein drittes Produkt. Das ist von Rotbärchen. Ein Immunschutz. Zwei Schlücke mit Vitamin und Zink. Zink. Alter, das sieht so aus. Ja, das ist so eine kleine Flasche. Hier sind 60 Milliliter drin. Hier steht rote Traubensaft, Apfelsaft, 40% Himbeer, Mark, Vitamin C, Zinkluten. Zinkluten. Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesundes Lebensweise. Ok, also sieht nicht schlecht aus. Schön kalt. Wir wollen mal schütteln. Ich schüttel mal das Produkt. Wir machen es auch gleich mal auf. Hier ist auch schön das kleine Mädchen drauf. Also die Frau oder ein Kind. Weiß man ja nicht. Wir probieren mal. Ok. Hm, lecker. Man schmeckt richtig schön den Apfel drauf. Einen schönen Apfelgeschmack. Hm. Also richtig lecker. Könnte ich mir kaufen. So ein Top-Produkt. So, dann haben wir hier noch einen Pinsel von Beauty, also von Rossmann. Lidschattenpinsel ist das. Der sieht so hier aus. Die Sonne scheint gerade ein bisschen zu extrem. So. So sieht der Pinsel aus. Können wir den raus holen? Steht hier noch was drauf. Zur Liebe zur Natur sind die Griffe unserer W-Lof Natur Pinsel Serie aus 100% FSC. Zertifiziert Baum-Bambus-Holz gefertigt. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und besonders ressortzentschonend, da er zum Wachsen kaum Dünger und externe Bewässerung braucht. Der Lidschattenpinsel mit seinen abgerundeten Pinselkopf erlaubt gleichmäßig auftragen von Lidschatten am oberen und unterer Lid sowie sanftes Verblenden von Lidschattenübergängen. Okay, ich zeige es euch mal von hinten. Der sieht so aus. Ja, wir holen mal den Pinsel raus. Ich bin neugierig. Jo, so zieht man den noch raus. So sieht der Pinsel jetzt aus. Jo, hier ist schön was reingraviert. Sieht man das? Ja. Das riecht es richtig schön. Das spürt man auch. Der Pinsel, ja, ist ein bisschen hart, also ein bisschen härter. Nicht zu weich, aber ein bisschen auch weich. Okay. Ein bisschen weich und ein bisschen härter gebunden. Genau. Gucken wir mal, ob ich den jetzt wieder hier reinbekomme. Ne, den lasst noch nicht draußen, den Pinsel. So, das war jetzt Nummer 4 gewesen. Jetzt kommen wir etwas, das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr sowas schon mal gesehen im Laden? Das ist von Beauty. Gesichtshaarentferner. Okay. Zur gründlichen Entfernung von Gesichtshaare. Okay, der sieht so hier aus. In rosa oder pink. Was auch immer. Genau. Seht ihr das? Das sind auch solche Perlen drin. Okay. Wir gucken mal von hinten. Hinten steht so noch drauf. Okay. Durch das hier oben. Okay. Der Gesichtshaarentferner ist der ideale Helfer, um einfache und schnell dünne Haare und Pflaumen an den schlafen Wangen, Kinn zwischen den Augenbrauen oder der Oberlippe zu entfernen. Vor der Verwendung das Gesicht von Make-up reinigen. Anschließend die Edelstahlspirale an die entsprechende Gesichtspartie legen und den Gesichtshaarentferner behutsam auf- und abbewegen. Die Herzen werden mit Hilfe der engen Spirale sanft und hautschonend gezupft. Diese Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Okay. Das werden wir mal ausprobieren. Oh, da ist jetzt noch ein Pinsel drin. Guckt mal. Wie Natur. Klimanatur. Augen-Smoothcare-Pinsel. Smoothcare-Pinsel? Okay. Aus Liebe zur Natur. Jaja, das wissen wir. Der Smoothcare-Pinsel mit seinen kompakten, leicht abgerundeten Pinsel erlaubt. Einfaches und präzisiv auftragen und verwischen von Lidschatten und Kajallinien am Wimpernrand. Okay. Die packen wir mal aus. So. Der kommt hier hin und der kommt hier hin. Der sieht so aus. Der sieht ein bisschen anders aus. Der ist ziemlich fest. Also ganz leicht hier vorne. Ist leicht weich. Ganz leicht hier vorne. Und wenn man so macht, ist er ein bisschen härter. Ich zeige euch mal den Unterschied von den zwei. Der sieht so hier aus. Da kommt. Hier ist auch wieder die Gravur drin. Die finde ich richtig schön. So. Dann haben wir noch etwas zum Naschen. Hier ist etwas von NR Bio aus kontrolliert. Biologischen Anbau. Dinkel-Doppelkekse. Kakao-Creme. Hier sind 330 Gramm drin. Genau. Die Kekse kennt ja eigentlich jeder. Die gibt es auch ohne Bio. Genau. Die essen wir auch sehr gerne. So. Dann haben wir hier noch etwas. Okay. Einen von Rival Lip Peeling Stift mit Kokosöl. Okay. Ich zeige euch mal erstmal den. So sieht er aus. Rival. Rival mit. Genau. So. So sieht er aus. Hier muss man wieder drehen. Das sind aber ganz feine Peeling Körner. Hier steht. Der Rival Lip Peeling Stift. Entfernt mit natürlichen Zuckerristallen samt abgestorbene Hautzellen. Während pflanzliche Öle wie Aprikose und Kokosöl die Lippen weich und geschmeidig pflegen. Okay. Das ist ein Zuckerpeeling. Was sieht man das? Ein Zuckerpeeling. Okay. Hatte ich auch noch nicht. Ich habe einen mit groberen Körner drin. Der war ein Adventskalender von... Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der Name ist weg. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja euch ein Video gemacht von den Adventskalendern, die ich ausgepackt habe. Ich hatte ja von Action den Kalender und von Rossmann den Kalender. Also jetzt nicht von Isana. Ach, ich komme hier auf den Namen. Wie hieß denn der jetzt? Keine Ahnung. Egal. Wir machen jetzt weiter. Schaut einfach unten in die Videos rein. Da seht ihr ja meine kompletten Videos von den Adventskalendern, die ich ausgepackt habe. Und da könnt ihr gerne reinschauen. Genau. Hier haben wir noch etwas Kleines zum Naschen. Das ist von NR Bio auskontrolliert. Biologisch anbaut. Dinkelherzen in Vollmilchschokolade. Oh, zum Glück Vollmilch. Sonst esse ich das nicht. Ich esse nur alles, was mit Vollmilch ist. Zeitbitter esse ich überhaupt nicht. Hier sind 85 Gramm drinnen. Wäre knusprig lieber, kleiner Snack, ganz groß, die einer Bio-Dinkelherzen bringen Liebe und ein einzigartiges Geschmackserlebnis in ihres Leben. Ihr Müsli, ihr Joghurt oder auch ihren Kuchen. Okay, kann man auch auf Kuchen machen oder auf Müsli oder auch so essen. Genau. Das ist eine schöne Idee. So, jetzt kommen wir noch zu einem Produkt. Also hier sind jetzt noch vier Produkte, was ihr noch mit in der Hand habt. Das ist eins von Wird Natur-Aha-Aha-Aha. Arid, Bio-Vegan-Skin-Food-Organis-Papaya. HH-Nikas-Nerum. Wird 2% HH-Azid-Fort-Alf-Sink-Tips. Ist auch vegan. 30ml. Ich hoffe, ihr habt das davon verstanden. Ich zeige euch mal. Genau, es steht nicht alles auf deutsch da. Ich habe es jetzt eben versucht, ein bisschen. Mal gucken, was hier auf deutsch steht und was es überhaupt ist. Aha, Nachtserum. Das ist ein Nachtserum. Mit Bio Papaya für alle Hauttypen. Das sanfte Aha-Nachtserum mit Superfood-Extrakt Bio Papaya wirkt wie eine Profi-Behandlung über Nacht und lässt die Haut glatt und strahlend aussehen. Effektiv. Natürlich. Aha-Seren unterstützt den natürlichen Hauternährungsprozess für eine strahlende, frischende Teint. Hier steht noch Anwendung. Abends nach dem Reinigen auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Danach eine Pflege verwenden. Ein leichtes Krippeln nach dem Auftragen ist normal. Direkt Kontakt mit Augen und Mund vermeiden. Tagsüber Haut und vor Sonne schützen. Achso, okay. Also für die Nacht. Ein Serum. Werde ich mal ausprobieren. Ich zeige es euch mal, wie das aussieht. Okay, so sieht das Serum aus. Also ein richtig schönes Packaging. Das ist auch Glas mit so einem Pumper. Ich hoffe, der funktioniert. Okay, das ist noch zu. Das lassen wir auch zu. Genau. Hier ist auch noch eine Anwendung drin. Nochmal eine Gebrauchsanweisung. Wenn man sich nochmal was durchlesen möchte in Ruhe. Das kann man schön machen. So, dann haben wir hier noch etwas von Neutragender. Das ist auch neu. Mit Dermalogisch entwickelt. Hyaluronkonzentrat. Was konzentriert. Was konzentriert. Ich gehe jetzt auf Englisch. Formen von Hyaluronsäure plus Prävitamin B5 plus präbiotische Technologie. Simuliert die hauteigenen Hyaluronsäureprodukten und spendet intensiv Feuchtigkeit für glatte Haut in zwei Wochen. Okay, das sieht so hier aus. Okay. Guck mal hier. Es steht aber auf Deutsch. Hier steht das Hyaluronkonzentrat mit der höchsten Konzentration von Hyaluronsäure in der Hydro Boost Serie 100% pflanzliche Trehalos und Provitamin B5 spendet sofort intensiv Feuchtigkeit und polstert die Haut von innen auf. Die leichte Formel hilft die Feuchtigkeitsbarriere der Haut zu stärken. Zwei Formen von Hyaluronsäure mit niedrigem und hohem Molekulargewicht spendet sofort intensive Feuchtigkeit. Wissenschaftliche Studie mit 35 Teilnehmerinnen Parfümfrei. Für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Haut mit dermalogisch entwickelten träglichen 3 bis 4 Tropfen auf das gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. Für die tägliche Feuchtigkeitsroutine anschließend Hydro Boost Aqua Gel verwenden. Kontakt mit Augen und Mund vermeiden. So steht das nochmal hinten drauf. Ich zeige es euch nochmal. Ich zeige es euch nochmal hier unten noch. So. Genau. Okay. Also 3 bis 4 Tropfen los. Wir gucken uns das mal an. Uh, das sieht ja cool aus. Guck mal. Seht ihr das? Ja, das sieht man. Da sind kleine Pärchen drinne in weiß und in blau. Okay. Kann man das aufschrauben oder muss man das mal drücken? Ah, das muss man drücken. Ah. Okay. Da sind Pumper drin. Also hier oben muss man trinken. Da kommt das hier auf dieses Teil rein. Dann aufdrehen und dann 3 Tropfen im Gesicht und dann schön einreiben. Okay. Das werden wir mal ausprobieren. So. Jetzt sind noch die letzten paar Produkte drinnen. Ja. Das ist einmal von Rival Mee Lip Maske. Mit Seabutter. Das sieht so aus. Ja. Okay. Steht hier auch was auf Deutsch da. Die butterige Textur der Lipp Maske pflegt die Lippen geschmeidig, weich mit wertvollen Intensivstoffen wie Seabutter, Mandelöl, Yogaöl und Vitamin E. Anwendung Maske auf die gereinigte und gepflegte Lippen auftragen und vollständig einziehen lassen. Die Maske muss nicht abgewaschen werden, kann zusammen mit der Rival Love Mee Lip Peeling verwendet werden. Okay. Seht ihr das? Wir wollen das mal auspacken. Das ist nur klein. Wie viel sind hier drin? Steht nichts drauf. Gucken wir mal drin. Das sieht ja schön aus. Schön rosa. Hier sind 6 M drin. Zeig es euch mal. So sieht das aus. Genau und guckt euch die Farbe an. Richtig schöne Farbe. Ich kann das öffnen bis zu. Das kommt mit so einem Deckel. Da muss man das aufmachen. Und da ist da die Farbe drin. Das ist auch fest. Hier ist fest. Fällt nichts raus hier. Machen wir den Deckel wieder drauf. So. So. Jetzt kommen wir zu den letzten und schönsten Produkten. Das ist die Palette mit den schönen Farben. Hier ist aber schon leider ein Riss drin. Warum weiß ich auch nicht. Wir wollen mal gucken. Wir machen die mal auf. Oder ist die schon auf? Ne. Hier. So sieht die schöne Palette aus. Also richtig schön, oder? Ein paar goldene. Hier ist nur goldenes. Das sieht richtig schön aus. Das goldene. Ein paar matte Töne. Ein paar normale Töne. Hier liegt ein dunkleres Tönchen. Aber die fühlen sich auch butterweich an. Guckt mal. Wartet mal. Dann brauchen wir mein Handgelenk. Also schwarz mit ein bisschen Glitzer drin. Seht ihr das? Ich habe jetzt nur ganz wenig aufgenommen. Ja. Mal verschmieren kann man das auch leicht verblenden. So. Ich habe es jetzt gleich verblendet. Also nur ein bisschen so gemacht. Trotzdem eine schöne Farbe. Wir wollen mal das goldes Glitzer hier ausprobieren. Das sieht so aus. Ich habe jetzt nur ganz wenig genommen. Guckt mal. Sieht ihr das? Eine richtig schöne Farbe. Mensch. Die Sprache war weg. So. Jetzt nehmen wir noch so eins. So. Wie tragen wir das auf hier? Oh. Ein richtig schöner. Guckt mal. Seht ihr den? Seht ihr das? Oh. Richtig schön. Da würde ich gerne mal mit arbeiten. Gleich machen wir auch ein Schmink mal zusammen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin auch kein Profi davon. Ja. Ich schminke mich ganz normal und einfach. Das reicht mir. Genau. So. Die Box ist jetzt leer. Wir haben jetzt insgesamt wie viele Produkte drin gehabt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Achso. Ich wollte es euch schon mal zeigen. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Und dreizehn. Dreizehn Produkte sind jetzt hier drin gewesen. Also ich finde die Box richtig, richtig gut. Also wenn ihr für nächstes Mal für, warte mal, jetzt haben wir Februar, für März mitmachen wollt, unten in der Kommentare, in der Infobox schreibe ich den Link euch rein. Da könnt ihr euch durchlesen und wenn ihr mitmachen wollt, dann tu das gerne und vielleicht habt ihr ja Glück und ihr gewinnt auch mal eine Box. Das ist meine allererste Box, die ich jetzt hier gewonnen habe. Von der schön für mich Box von Rossmann. Ich sage Dankeschön, Rossmann, dass ich gewonnen habe und dass ich euch die vorstellen konnte, die schöne liebe Box. Ja, mir hat sie wunderschön gefallen. Also ich werde nächstes Mal auch wieder mitmachen. Ja, ich sage Tschüssi, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.